Sie hören Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße von Maxim Leo Gelesen von Peter Kurt Ein Hörbuch des Argon-Verlags Eine Fliege landete auf Hartungsarm und riss ihn aus seinen Gedanken. Naja, Gedanken. Es war eher so eine Art Wachkoma, in das er manchmal fiel, wenn er hinter dem Tresen saß und wartete. Naja, warten. Als würde er ernsthaft damit rechnen, dass heute noch irgendwas in seinem Laden passierte. Die Wahrheit war, dass er mit gar nichts rechnete. Hartung konnte stundenlang so dasitzen, umgeben vom herrlichen Nichts. Beate, die im Haus gegenüber wohnte und sich einmal die Woche einen romantischen Liebesfilm auslieh, hatte ihm neulich von ihrem Meditationskurs erzählt. Wenn er das richtig verstanden hatte, dann ging es bei der Meditation darum, seine Gedanken loszulassen, ihnen nachzuschauen wie einer vorbeifahrenden Straßenbahn. Offenbar gaben die Leute eine Menge Geld aus für dieses Straßenbahngefühl. Und die meisten schaffen es nie, sagte Beate, weil es so verdammt schwer ist. Ich sollte Meditationsguru werden, dachte Hartung. Gedanken loslassen, das konnte er. Vermutlich war es sogar eine der Sachen, die er am allerbesten konnte. Er hatte allerdings nicht die leiseste Ahnung, wie er das anstellte. Es passierte einfach. Und, ganz ehrlich, bisher hatte ihm das nur Probleme gebracht. Die Fliege schimmerte blau und grün. Er spürte ihre Beine auf der Haut. Hartung schaute auf die Uhr. Es war zehn nach sechs. Draußen war es schon dunkel. Im Laden standen zwei alte Stehlampen, die den kleinen Raum in ein schummeriges Licht tauchten. Das mit den Lampen war eine Idee von Beate gewesen. Sie meinte, so eine Videothek müsse wie ein Wohnzimmer aussehen. Gemütlich und ein bisschen verkramt. Nun, verkramt war es. Ob es allerdings auch gemütlich war, das wagte Hartung zu bezweifeln. Sein Blick fiel auf den welligen Linoleumboden, auf die Ikea-Regale, von denen sich das Furnier löste. Zeit für den angenehmen Teil des Tages, murmelte Hartung und ging zum Kinderfilmregal. »Der Schatz im Silbersee« oder »Die Osemanne stellt die Weichen«?« Nach einigem Nachdenken entschied er sich für »Der Gendarm von Saint-Tropez«, schob die DVD in den Laptop und machte ein Bier auf. Hartung liebte Filme, mit denen er durch die Zeit reisen konnte. Er sah sich dann wieder auf dem braunen Sofa sitzen, links der Vater, rechts die Mutter, gegenüber der Schwarz-Weiß-Fernseher, der nach dem Einschalten nach verbranntem Staub roch. Hartung fand es wahnsinnig beruhigend, dass es Dinge gab, die schon damals dagewesen und noch immer nicht verschwunden waren. Diese Filme waren wie Paketschnüre, die sein Leben zusammenhielten. Winnetou, Egon Olsen und Louis de Finesse waren die Retter, die er manchmal rief. Gute Freunde, die kamen, wenn es nötig war. Keine Ahnung, was ihn gerade mehr runterzog. Das beschissene Herbstwetter oder Karin, die mit ihm Schluss gemacht hatte, oder dieser Brief, in dem die Immobilienverwaltung mitteilte, dass die Mietschulden für die Videothek bis Ende des Monats zu begleichen seien. Ja, wovon sollte er denn die blöde Miete bezahlen? Kam doch keiner mehr, außer die Leute aus dem Haus und Beate von gegenüber und noch ein paar andere Typen aus dem Viertel, die es irgendwie schick fanden, weiterhin eine alte Kulturtechnik wie die DVD zu benutzen. Klar war Hartung froh, dass es diese treuen Kunden gab, aber ein bisschen seltsam fand er sie schon. Wenn er nicht zufällig diese Videothek besieße, er hätte sich längst ein Netflix-Abo geholt. So etwas dürfte er natürlich nie laut sagen. Offiziell war er nämlich ein großer Freund des Arthouse-Kinos. Jim Jarmusch, Fellini, Lars von Trier, Schabroll, Michael Haneke, dieses Zeug. Auch das war in die Idee von Beate gewesen, die fand, man müsse den Leuten etwas Besonderes bieten. Hartung hatte die Arthouse-Kollektion vor fünf Jahren sehr günstig aus der Insolvenzmasse einer anderen Videothek erworben. Mehrmals hatte er versucht, sich einen dieser Filme anzugucken, aber er fand sie langatmig und auch total deprimierend. Abonniertel war es so, sehr gut. Alles war nicht so, sehr gut. Ich habe die Arthouse-Kollektion vor fünf Jahren nicht gewonnen. Sie war nicht so, sehr utilizziert. Ich habe die Arthouse-Kollektion vor fünf Jahren einfach keinen Bauch-Kollektion vor fünf Jahren. Ich habe meine Arthouse-Kollektion vor fünf Jahren auf dem Weg verliegt. Aber das hat er sich seit langem vorher.